Tradition trifft auf Innovation. Mit der Ingenieur Josef Wacher GmbH mit Sitz in Niederösterreich steht Ihnen seit mehr als 50 Jahren ein professioneller Partner bei der Fertigung von Maschinenbauteilen sowie Dreh- und CNC-Frästeilen zur Seite. Gemäß Ihrer individuellen Anforderungen erzeugt unser qualifiziertes Fachpersonal durch präzise Ausarbeitung der Bauteile in höchster Qualität erstklassige Ergebnisse. Diese Prozesse sind seit August 2023 dank einer Photovoltaikanlage zudem CO2-neutral. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.